Musik 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 Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Morgen ist mein erstes Turnier mit Dörte Und? Bist schon aufgeregt, Mia? Ja Aha, gut, also das ist ein kleines WBO-Turnier Mia reitet einen Reiterwettbewerbsschritt trapp Und ja, wir werden mal sehen, was dabei rauskommt Auf jeden Fall haben wir gedacht, das passt ganz gut zum Anfang Und mal sehen, wie es dann ist Vielleicht machen wir das dann öfter, oder Mia? Ja Wir nehmen euch den ganzen Tag mit und wünschen euch super viel Spaß So Ralf, dann müssen wir Dörte mal reinholen Ja Damit ich gleich einflechten kann Ach ne, erst müssen wir Füße waschen, die weißen da hinten Ich habe hier schon extra Shampoo mit rausgenommen Sogar Schimmelshampoo habe ich noch Für unseren Dreckspatz da hinten, wenn wir das mal brauchen Schimmelshampoo? Ja, machst du ihr mal eben, nimmst du mal Und machst du mal das Halfter dran Dann kann ich sie gleich eben waschen Na Heino? Willst du auch mit? Glaube nicht, ne? Hast aufgegessen? Hast aufgegessen? Ja Klara, bleib du mal hier Dörte, Begeisterung sieht aber anders aus, du So Ach ja Aber so richtig Dörte viendo Und Bis zum nächsten Mal. Ich habe keinen Bonbon. Sie denken immer, ich will den Bonbon geben. So, das waren die ersten drei. Dann mache ich jetzt hier noch drei, dann habe ich sechs. Dann kann ich den Haarklammern feststellen. So, dann haben wir sechs insgesamt. Dann gehen wir mal so nehmen. Meinst du, das geht so? Sieht das aus? Ja. Mit den Knödels hier. Ja. Die Knödels sind eigentlich ganz ordentlich geworden. Dafür, dass ich das sonst nie mache. So, jetzt gebe ich es noch einmal vorne. Das wollte ich dann unter der Fliegenhaube runtergemacht, das reicht ja. Und den Schleifen muss ich gleich auch machen. Dann muss ich mir gleich noch eine rote Schleife draus suchen. So, Mia. Ach, das heißt er. Das nehmen wir heute, oder? Was meinst du? Das haben wir gestern auch schon gesagt. Das haben wir gestern auch schon gesagt? Das hatte ich gestern schon gesagt. Ach so, so. Haare sind fertig. Kind ist angezogen. Dann kann es bald losgehen. Mia, bist du aufgeregt? Ja. Hä? Ja. Ziemlich, ne? Ja. Ist auch scheiße sowas. Ich war früher auch immer aufgeregt. Aber, das schaffst du schon, oder? Weiß nicht. Wir werden sehen. Ich habe dort schon eingeflochten, ne? Ich habe bis heute immer noch aufgeregt. Nee, ich war früher. Hast du Dörte fertig geputzt schon? Ja. Und? Wie findest du die so? Richtig eingeflochten, oder hättest du es lieber kleiner gehabt? Nee, die sieht gut aus. Na, du scheinst ja echt begeistert zu sein. Bist doch aufgeregt und knaddelig, ne? Ja. Auto haben wir gestern schon gepackt. Allerdings habe ich die Ausbinder vergessen. Da muss ich gleich noch einmal zurückgehen. Und die neue Schabracke ist natürlich am Start. Da sind wir schon ganz gespannt, wie das aussieht, wenn Dörte das drauf hat. Ich muss jetzt erstmal die Ausbinder noch schnell sauber machen. Die sind mir noch potten dreckig. Die haben wir gestern total vergessen. Oh Mann. So, ich habe jetzt erstmal so eine rote Schleife für Dörte gebastelt. Das ist leider ein wenig weihnachtlich, aber ich hoffe, das sieht man nicht so ähnlich, dass Dörte nachher aussieht wie ein Tannenbaum. Ja, weil Dörte ja nicht so gerne mag, wenn andere Pferde hinter ihr sind und dann vielleicht auch mal tritt. Und ich versuche, mir ans Ende der Abteilung setzen zu lassen. Hey Dörte, du siehst richtig gut aus. Mit deinem schicken Halfter. Ja, richtig toll. Fein. Das sieht richtig gut aus. Und das ist jetzt nur hier drin, ne? Richtig süß. Ich glaube, das andere wäre nicht so schön. Ne. Das sieht echt richtig klasse aus mit Dörte. Ja. So. Halt mal an. Dann nehme ich sie jetzt. Hallo. Mit deiner... Also das hat heute ja mal wieder richtig gut geklappt. Da hat sich das Anhängertraining wohl sehr gut ausgezahlt. Das mache ich gleich. Erst wird hinten zugemacht. Ja, bitte, du sollst den Hafer nicht so schwenken. Und dann kann es gleich auch bald schon losgehen. Hauptsache, der Hafer, ne? Ja. Wir sind nach vorne rein hier. Ich hätte die Stange noch hinten noch weiter hinmachen müssen eigentlich. So, wir sind unterwegs, ne? Mia, jetzt geht's los. Ja. Zeig mal, was macht Dörte auf dem Anhänger? Dörte ist natürlich... Alles wie immer, ne? Bei Dörte. Achtung, Wuckel. Sieht schon ganz gut aus hier mit uns. Ja. Dörte, du siehst richtig schick aus. Mit der Fliegenhaube. Soll die wirklich so, oder sollen wir die Trense oben drüber machen? Aber ne, so sieht besser aus. Das sieht richtig cool aus. Ja. Oh, mein Gott. Ich bin irgendwie aufgeregt. Das ist auch ganz normal. Das darfst du auch sein. So. So. Mia ist fertig. Hier liegen noch die Gamaschen von Dörte. Die schmeiß ich mal hier zum Auto. Die wird wohl keiner klauen. So. Mia, dreh dich mal um. Lass mal sehen, wie du aussiehst. Echt cool, ne? Was macht Papa denn? Oh. Was habt ihr gemacht? Drei Mal eine Stunde. Ich hab's nicht reißen. Entschuldigung. Aber das sieht ja wohl bitte nur geil aus, oder? Ja. Dörte, was machst du? Das ist ein bisschen viel. Wann ist es? Ich hab keine Ahnung. Wann ist es? Ich hab keine Ahnung. Hallo. Okay. Die beiden noch ab. Mia, dann darfst du auch gleich einmal umdrehen. und reitest mal andersrum, musst nur mit den anderen Reitern aufpassen. Oder du reitest einfach so. Genau. Ja, weil die auch schon gewechselt haben, habe ich gedacht, habe ich nicht mitgekriegt. Weiter. Ja, rum. Das ist eine Ziege, ey. Gehst du mal in Ruhe da oben hin und gehst da oben auf die rechte Hand. So, weiter. Sehr gut. Komm. Sehr gut, Mia. Weiter. Super. Schön weiter. Stell die Hände schön hin. Ellenbogen an den Körper. Ja, das ist ein bisschen schwierig jetzt mit ihr. Reit weiter. Du hast dich jetzt schon ein paar Mal durchgesetzt. Reit weiter. Sehr gut. Guck mal. So, und jetzt kannst du auch einen Schritt durchparieren. Aha, guck mal, dann geht das Pony auch vorwärts. Jawohl. Sehr gut. Und so reitest du noch eine Runde und dann machst du, komm, Gerte, Beine und weiter. Komm. Beine zu, wenn du dich hinsetzt. Jawohl. Guck mal. Leider hatten wir bei diesen ganzen Aufnahmen auf dem Turnier Tonprobleme. Und zwar war der ganze Ton weg. Deswegen kommen hier jetzt ein paar Sachen als Voice over. Mia hat hier noch gewartet, dass sie rein darf in die Prüfung und hier ist sie dann schon auf dem Weg. Da war ich dann auch schon in der Prüfung. Da war ich dann auch schon in der Prüfung. Schritt war ganz gut. Leichttraben ging auch ganz gut. Da ging Dörter auch noch ganz gut vorwärts. Hier auch. Und dann gab es ein bisschen Chaos in der Abteilung beim durch die ganze Bahn wechseln. Und dann wurden alle nachher so ein bisschen ausgebremst und deswegen war das Aussitzen dann nicht ganz so schön. Im Aussitzen musste ich sehr viel treiben, deswegen hatte ich ein etwas unruhiges Bein. Hier wurden dann die Noten verkündet und Mia kam tatsächlich ganz zufrieden mit einer 7,0 aus der Prüfung raus. Da war ich auch wirklich richtig überrascht, dass ich beim ersten Turnier so eine gute Wertnote bekommen habe. Wir sind dann nochmal auf den Abreiteplatz und haben gewartet, was weiter passiert. Und das Wetter war so traumhaft schön. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Man sieht, das war richtig, richtig toll. Dann ging es dann rein zur Wiedererung. Sechster Platz. Sogar wirklich sechster Platz, weil 7,0 war dann die nächste. Halt an. Sie hat keinen Bock mehr stehen zu bleiben, ne? Verstehe ich. Ich glaube, das stört nicht. Glaub sie mal. Nicht immer enger nehmen, sondern einfach mal loben. Sehr gut. So, unsere Richter sind in Sicherheit. Jetzt warten wir noch auf den Einsatz der Musik. Und dann gebührt euch die Ehrenrufe. Los geht's. Bitte um viel Applaus. Komm, vorwärts. Die überholen dich gleich. Umsitzen und vorwärts. So, das war's. Aber das war richtig, richtig gut. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Habt ihr gut gemacht. Dich kennen wir schon vom anderen YouTube-Video. Ja. Stell dich mal so hin, dass ich nochmal ein Foto machen kann. Mit eurem Schleifchen. Vielleicht auch da vor die Bäume. Aber, nee, warte, warte, warte. Das ist schon ganz gut. Kannst du mal ein bisschen was mir nicht sagen können? Ich hab das Video noch an. Du kannst was sagen. Also, ich bin richtig stolz auf mich. Und natürlich auch auf Dörte. Wir sind sechster Platz gewonnen mit einer Wertnoten von 7,0. Ähm, ja. Ich werde mit Dörte bestimmt nochmal auf so ein Schritt-Trad-Turnier gehen. Vielleicht läuft es dann auch noch besser. Aber ich finde, das war schon eine richtig gute Leistung. Für unser erstes Turnier. Auf jeden Fall. Und die Schleife ist auch echt hübsch, ne? Nee, kann sie nicht. Sie kann ja nicht die ganze Zeit stehen bleiben. Ähm, ja, das hast du gerade gesagt. Hast du richtig gut gemacht. Danke, du auch. TT. Das ist nämlich der beste TT überhaupt. Equipment-Manager. Ich bin aufgestiegen. Auf jeden Fall. Oh, du bist hier. Oh, du bist hier. Na, eine gleiche Strecke. Also. Auch quer? Oder ich stelle mich hier rum vielleicht. Dann sieht man ihre Schleife auch, oder? Tata. Alles gut. Quer auf? Warte. Wir haben dann Dörte erstmal abgesattelt und so. Und übrigens ist das das neue Outfit von Krämer, was ich für Dörte gekauft habe. Genau, das habt ihr ja schon im Krämer-Roll gesehen. Jetzt seht ihr es mal am Pferd. Und wir finden, Dörte steht das richtig, richtig gut. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und was wir ja noch viel besser finden. Guckt mal, sogar die Schleife passt dazu. Ja, das stimmt. Also von einer Fahrgruppe her passt das richtig perfekt. Das hat echt gepasst an dem Tag. Dann haben wir Dörte verladen. Das hat auch wieder echt gut geklappt. Ralf hat wieder mit der Hafer-Schüssel im Anhänger gewartet, als Dörte ihn dann gesehen hat. Dann hat sie auch gesagt, okay, ich gehe da mal rauf. Ja, also verladen ist mit Dörte, das ist überhaupt kein Problem mehr. Ich musste zwar noch ein bisschen hinterher schieben, dass sie weit genug nach vorne geht. Das war nämlich das Problem auf der Hinfahrt, dass sie nicht weit genug vorne stand. Ja, Stange hinter, Klappe zu und dann sind wir auch schon wieder nach Hause gefahren. Auf dem Weg nach Hause hat Dörte wieder gefressen, so wie immer. Und ich musste auch erst mal frühstücken, konnte ich nämlich vor Aufregenden davor nicht. So, wir sind zu Hause und das erste, was gesucht wird, ist das Handy. Du Nuss, wir müssen das Pferd jetzt erst mal abladen. Nicht, dass es weg ist. Liegt es auf dem Rücksitz oder so. Auf? Ja, auf. Und die Klappe sind ja sogar auf dem Weg abladen. Hallo Dörte! Warte! Feines Mädchen, bist du wieder zu Hause? Ne? Bist du wieder zu Hause? Es wird auch Zeit, ne? Der Sam, der begrüßt dich gleich bestimmt. Feine. Ey, hallo! Das machen wir nicht. Was hat ich gemacht? Du wolltest gerade einfach schon durch die Gegend ziehen. Aber da hast du nichts gut gemacht. Oh, guck mal, das ist schon ein Frühstück. Du hast gedacht, du hast mal Licht angemacht, Mädels. Aber das ist auch mal ein bisschen. So, Dörte, jetzt muss ich deine Schleife erst mal hier rausmachen. Aber die brauchen wir bestimmt noch mal. Deswegen müssen wir die schön auflegen, ne? Das war richtig gut. Ja. Komm, wir machen das eben auch. So, jetzt gucken wir mal, was die Jungs hier... Das Auto muss noch ausgeräumt werden. Was die Jungs hier machen. Dörte freut sich. Die Jungs bestimmt auch. Pass mal auf. Hallo. Heps. Oh, Hino, deine Freundin kommt wieder. Ich muss mal jetzt ein bisschen langsam... Wollen wir sie hier reinlassen, mir? Das ist, glaube ich, einfacher. Wer für mich nicht. So, dann... Ja, musst du halb da schnell abmachen. So. Sam brummelt auch schon. Guck mal, die Jungs, die kommen schon und... Oh, Dörte geht. Dörte hat keinen Bock mehr. Die sagt auch, ich gehe jetzt. Egal, was ihr wollt. Ich hau jetzt ab. Dörte, hast du doch Lust? Willst du zu... Wenn du deine Freundin sehen willst, dann musst du dahin gehen. Genau. Das ist immer noch die gleiche, Jungs. Ey. Aber die sieht aus mit ihrer Lockenmähne. Herrlich. Ja, so richtig witzig. So richtig süß. Ja, wir müssen öfter aufs Turnier, damit wir Lockenmähne bei Dörte haben. Nein, mir ist es egal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch, abonniert uns und aktiviert die Glocke. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.